Spanien, über 500.000 Quadratkilometer groß. Während die meisten Touristen vor allem die Inseln- und Küstenregionen als beliebtes Urlaubsziel kennen und schätzen, hält gerade auch das Inland ganz besondere Reize parat. Dass das Land dabei auch für den Jäger viel zu bieten hat, davon konnte sich Redakteur Jens Dittrich im November 2010 überzeugen. Während einer dreitägigen Jagd, durchgeführt vom Spanien-Spezialisten Iberhunting, galt die Pirsch einem der im Osten Spaniens zahlreich vorkommenden Bessayte-Steinböcke. Auf der Suche nach einem reifen Steinbock kam, wenn auch auf teils weite Entfernungen, sehr viel Wild in Anblick, dass in den katalonischen Bergen, geprägt von unzähligen Steineichen und Olivenbäumen, einen idealen Lebensraum vorfindet. Am zweiten Jagdtag war ein Rudel mit einigen starken Steinböcken ausgemacht und angepirscht worden. Während der erste Schuss fehlte, saß der zweite voll im Leben. Auch mit den Augen des Jägers ist Spanien also eine Reise wert.